Das hier ist wohl der kleinste Objektivdeckel der Welt. Und der hier gehört zu diesem Kit. Der Sony ZV-E10 inklusive diesem kleinen süßen Objektiv. Und wer mein letztes Video oder eines meiner letzten Videos gesehen hat, der wird auch gesehen haben, dass ich in einem dieser Videos die ZV-1 vorgestellt habe von Sony. Eine Vlogging-Kamera. Die ZV-E10 ist ebenfalls eine Vlogging-Kamera, allerdings mit APS-C-Sensor. Und was die vielleicht besser kann oder was die vielleicht nicht so gut kann oder wie ich die so finde, das sollt ihr natürlich hier in diesem Video erfahren. Also, viel Spaß! Die ZV-E10 ist ein bisschen größer als die ZV-1 und auch ein bisschen schwerer. 460 Gramm, so circa. Aber macht für mich einen viel wertigeren Eindruck als bei der ZV-1. Wer das Video gesehen hat, ich habe da damals gesagt, dass ich die Haptik so ein bisschen doof finde, weil ich sehr stark mit diesem kleinen Gehäuse hier irgendwie so mit den Fingern unter das Gehäuse gerutscht bin. Ich konnte sie nicht so richtig gut greifen. Und ja, natürlich, diese Kamera ist auch nicht so super gut zu greifen für meine Hände. Wenn ich das so zeigen kann, hoffentlich sieht man das, auch hier rutsche ich mit zwei Fingern unter das Gehäuse. Aber, da der Griff, seht ihr das? Da, der Griff hier, da der Griff einfach ein bisschen erhabener ist und ein bisschen dicker ist, habe ich sie trotz alledem etwas besser in der Hand. Verarbeitungstechnisch habe ich hier dran überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil, was mir hier direkt aufgefallen ist und was ich natürlich im Vergleich zur ZV-1 direkt gecheckt habe, ist die Platzierung des Gewindes hier an der Unterseite. Bei der ZV-1 war es nämlich so, dass dieses Gewinde relativ nah beim Akkufach liegt und das dann unterm Strich dafür sorgt, dass ich, wenn ich da irgendwie eine Schnellwechselplatte angeschlossen habe oder irgendwie sowas, dass ich dann das Akkufach gar nicht aufbekomme. Das ist natürlich wirklich äußerst ungünstig gelegt, sage ich mal. Das habe ich hier nicht. Hier ist das so, wie man es kennt, nämlich auf der Achse, der Bildachse vom Objektiv. Also, so wie es sein muss. Und hier, wenn ich da Zubehör angeschlossen habe, kriege ich auch jederzeit den Akku raus oder aber auch die SD-Karte, die sich übrigens auch hier unter diesem kleinen Deckel befindet. Unter den Deckeln, die wir hier an der Seite haben, befindet sich übrigens ein Mikro-HDMI-Anschluss. Und da muss ich mal wieder sagen, finde ich nicht so besonders gut, denn diese kleineren Anschlüsse, gerade HDMI, wo man dann auch mal vielleicht irgendwie ein etwas dickeres Kabel anschließen muss und einen schwereren Monitor anschließen muss, das kann mal so ein bisschen rumrappeln, sich bewegen etc. Diese kleinen Anschlüsse sind einfach etwas empfindlicher. Finde ich nicht besonders gut, ist allerdings natürlich auch aufgrund der Baugröße hier so ein bisschen geschuldet. Und ich muss dazu sagen, eine solche Kamera in Kombination mit einem HDMI-Ausgang, beziehungsweise mit so einem Monitor, ich weiß nicht, ob man das wirklich nutzt. Und wenn, dann hat man wahrscheinlich so einen Käfig hier drum gebaut und dann ist es sowieso egal, weil man dann die ganzen Kabler irgendwie mehr oder weniger fest daran anschließen kann. Also von daher, ich finde es nicht gut. Es ist so, wir müssen damit leben. Darüber hinaus gibt es hier noch einen USB-C-Anschluss, welches ich im Vergleich zur ZV1 auch um Welten besser finde und einen Kopfhöreranschluss, den ich ebenfalls gut finde. Allerdings, und das finde ich noch besser, hat die Kamera natürlich auch einen Mikrofonanschluss. Und der ist hier ganz oben platziert, welches dafür sorgt, dass wenn ich mich selber aufnehmen möchte und das Display aufklappe, der Klinkenstecker vom Mikrofon nicht mitten im Bild hängt, sondern hier drüber platziert ist. Ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, hier oben auf der Kamera befindet sich immer wieder eine kleine Frisur, also eine kleine Deadcat, die dafür sorgt, das integrierte Mikrofon zu schützen, beziehungsweise vor Wind zu schützen. Denn wir haben hier oben auf der Schulter zu sehen ein integriertes Mikrofon mit drei Kapseln. Das Audiosignal, was wir hier aufnehmen, ist definitiv besser als das, was zum Beispiel meine R5 damals aufgenommen hat, meine Canon EOS R aufgenommen hat oder aber auch viel besser als das, was jetzt hier meine Alpha 7 IV kann. Dafür sind aber diese Kameras auch nicht ausgelegt. Eine Vlogging-Kamera hat natürlich hier nochmal einen anderen Anspruch. Ich muss allerdings auch dazu sagen, und da bin ich ganz ehrlich, das integrierte Mikrofon ist natürlich zwar gut, aber nicht so gut wie ein externes Lavalier oder irgendwie sowas oder aber hier wie mein Sennheiser, was ich hier immer angeschlossen habe bei mir im Studio. Wenn ich das hier oben einfach auf den Blitzschuh stecken würde, hätte ich definitiv den besseren Ton. Um euch den Ton mal eben kurz so ein bisschen näher zu bringen, habe ich ein bisschen was draußen gefilmt. Und gleichzeitig könnt ihr auch so ein bisschen sehen, wie die Stabilisierung ist. Also achtet mal vielleicht auf beides. Ich spreche jetzt hier das Thema Stabilisierung an, aber achtet auch mal auf den Ton, gerade was das Thema auch Nebengeräusche angeht. Zeige ich euch mal eben jetzt. So, einmal ein kurzer Test, was die Stabilisierung angeht mit der ZV-E10. Übrigens jetzt auch nochmal gleichzeitig ein ganz kleiner Test mit dem integrierten Mikrofon, gerade hier mit den ganzen Nebengeräuschen. Hier ist die Straße und so weit und so fort. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie die performt. Aktuell habe ich die normale Standardstabilisierung aktiv. Und ich schalte das Ganze jetzt mal um. Ich hoffe, das geht während der Aufnahme. In den Aktiv-Modus. Nee, geht nicht. Also muss ich mal eben kurz die Aufnahme abbrechen. Das ist jetzt die Aufnahme mit der aktiven Bildstabilisierung. Und ihr seht schon, das hat ordentlich ins Bild reingecroppt. Auf dem Display selbst erkenne ich, dass das zwar jetzt wahrscheinlich etwas wackelfreier ist. Dafür allerdings bin ich auch ganz schön nahe im Bild. So lang kann ich meinen Arm gar nicht machen, damit das einigermaßen attraktiv aussieht. Von daher, hier empfiehlt es sich auf jeden Fall ein Objektiv zu nehmen, was dementsprechend weitwinklig ist. Zu dem anfangs beschriebenen Objektivdeckel, dieser super kleine hier, ist natürlich passend das Objektiv mit im Lieferumfang enthalten. Zumindest jetzt hier in diesem Bundle. Und bei dem Objektiv handelt es sich um ein 16-50mm Objektiv OSS. Also eine optische Stabilisierung. Was mir leider nicht ganz so gut gefällt bei dem Objektiv, ist die Tatsache, dass wir hier eine Anfangsblende von 3,5 bis 5,6. 5,6? Ja, 5,6. Habt ihr gesehen? Ich muss richtig weit weg. Meine Augen. Ich werde immer älter, oh Gott. Also Anfangsblende 3,5 bis 5,6. Das ist natürlich, wenn man so lichtarme Situationen hat, nicht besonders gut. Aber man hat natürlich hier den großen Vorteil, dass man an dieser Kamera das Objektiv auch wechseln kann. Das heißt, ich habe zwar hier einen schönen Brennweitenbereich, den ich abdecke, möchte ich aber mal ein bisschen lichtstärker werden, hole ich mir einfach das passende Objektiv dafür. Gut allerdings, an diesem Objektiv ist hier auf der Seite, ich hoffe, das kann man erkennen, diese kleine Wippe, die wir hier haben, da. Das ist der Power-Zoom-Schalter, der mehr oder weniger durch das Swipen nach oben, nach unten dafür sorgt, dass ich zoomen kann. Was übrigens die Kamera auch hier oben am Auslöser hat, nämlich da. Diese Kamera ist mit einem CMOS-APS-C-Sensor mit 24 Megapixeln ausgestattet. Und der sorgt, wie ich finde, für wirklich schöne Fotos. Also blende ich hier mal eben ganz kurz ein, das macht alles einen extrem guten Eindruck. Ich habe hier wirklich schöne Fotos, schöne Farben, schöne Schärfe, schöne Kontraste. Das gefällt mir alles richtig gut. Das 3 Zoll große Display auf der Rückseite ist touchfähig. Allerdings auch nur, um den AF zu setzen oder das AF-Tracking zu aktivieren. Also im Menü rumtouchen geht leider nicht. Dafür löst das Objektiv allerdings mit knapp einer Million Bildpunkten aus. Und das macht es sogar relativ gut, beziehungsweise die Auflösung ist die gleiche wie bei der ZV1. Aber die Helligkeit ist, glaube ich, ein ganzes klein bisschen heller. Die Informationen auf dem Display waren wirklich gut zu erkennen und abzulesen. Und ich habe sozusagen diesen fehlenden Sucher gar nicht vermisst. Wie gesagt, kann ich über den Touchfokus den AF auswählen, beziehungsweise das AF-Tracking auswählen. Die Kamera hat allerdings auch eine AF-Gesichtserkennung. Und zwar bei Mensch und Tier. Das blende ich auch mal eben ganz kurz ein. Das funktioniert auch richtig gut. Die Kamera hat auch eine Augenerkennung. Komischerweise, und ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, auch hier bei der ZV-E10 hat die Kamera mein Auge nicht fokussiert. Also immer nur mein Gesicht gefunden. Ich schiebe es wirklich ganz stark auf meine Brille. Denn sobald ich die mal in einigen kleinen Tests abgenommen habe, wurde dann auch mein Auge gefunden. Also es muss wahrscheinlich an meiner Brille liegen. Tendenziell ist der Autofokus im Gesicht aber gut. Das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, wäre, dass ich, wenn ich nach vorne oder nach hinten gehe, hier der Fokus manchmal ein bisschen daneben sitzt. Und ebenfalls bei dieser kleinen Vlogging-Kamera der Produktmodus. Der kann folgendes. Das blende ich euch mal eben kurz ein. Ihr seht jetzt natürlich, dass der Fokus auf meinem Gesicht liegt. Aber sobald ich jetzt etwas in die Kamera halte, was dann auch nicht vor meinem Gesicht ist, erkennt das System oder das Produkt trotzdem und schaltet dann darauf scharf. Achtung, das ist eine Funktion, die gerade für uns Vlogger, gerade die, die dann irgendwelche Produkte vorstellen, wirklich ganz gut ist. Also mein Gesicht hier im Hintergrund, das seht ihr ja, aber der Fokus bleibt einfach hier auf dem Päckchen. Bei mir hier zum Beispiel könnte ich ihn eigentlich ganz gut gebrauchen, denn ihr wisst ja selber, ich halte jetzt hier relativ häufig mal irgendwelche Sachen ins Bild. Und wenn ich jetzt so mache, seht ihr nämlich von diesem Produkt gar nichts, weil es einfach in der Unschärfe ist. Das heißt, ich muss das Ding immer vor meinen Kopf legen, damit das Ganze funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil die Alpha 7 IV hat diesen Produktmodus leider nicht. Was die Alpha 7 IV übrigens auch nicht hat, dafür aber wieder diese Kamera, ist auch ein Defocus-Button. Der liegt übrigens ebenfalls hier oben auf C1 programmiert, da. Und der kann Folgendes. Ich habe mich jetzt relativ nah an die Kamera platziert, damit man das hier so erkennen kann. Schaut mal hier in den Hintergrund, der ist ja leicht unscharf. Drücke ich jetzt auf diesen Defocus-Button hier oben, dann werdet ihr sehen, dann ist der Hintergrund direkt schärfer. Es wird natürlich auch dunkler, das Bild, weil die Blende jetzt geschlossen wird, also weniger Licht ins System kommt. Dadurch aber habe ich einen höheren, tiefen, schärfen Bereich. Das heißt also, der Hintergrund wird hier etwas schärfer. Klicke ich hier nochmal drauf, ändert sich das Ganze wieder, die Blende geht wieder auf und ich habe etwas mehr Hintergrundunschärfe. Der Effekt wäre natürlich noch ein bisschen größer, wenn ich ein Objektiv hätte, was einfach eine höhere Anfangsblende hätte. Also mit 3,5 ist man hier so ein bisschen eingeschränkt. Was aber auf jeden Fall sinnvoll ist, sind die sämtlichen Bildprofile, die wieder mal in dieser Kamera dran sind. Die typischen Sony-Standard-Bildprofile, die man sich übrigens auch alle nochmal so ein bisschen selber einstellen kann und personalisieren kann. Darüber hinaus aber auch S-Log 2, S-Log 3 und HLG. Und ja, die ZV-E10 hat leider auch kein S-Cinetone. Dafür hat sie aber solche Funktionen, wie zum Beispiel einen Soft-Skin-Effekt. Das sorgt dafür, dass auf meiner Haut ein wunderschöner Filter gelegt wird und meine Haut glatt bügelt. Das zeige ich euch jetzt mal nicht, denn ich finde diesen Effekt äußerst bescheuert. Ähnlich wie bei Smartphones auch. Finde ich nicht gut. Was ich aber gut finde, ist der Panorama-Modus. Und das zeige ich euch auch mal. Ich habe hier aus meinem Fenster heraus einfach mal versucht, einen Panorama zu schießen. So sieht das Ganze dann auf dem Display der Kamera aus. Man muss praktisch einfach nichts anderes tun, als ähnlich wie bei dem Smartphone auch von links nach rechts schwenken. Dabei macht dann die Kamera ganz viele Bilder in Reihe. Der große Unterschied ist allerdings jetzt, dass die Kamera auch hier, wie bei Smartphones zum Beispiel, automatisch die gemachten Fotos zusammenstitcht. Das heißt, glaube ich, so, ne? Und dann daraus ein einzelnes Bild erstellt. Das sieht dann übrigens so aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man nicht ganz genau hinguckt, finde ich hier die Übergänge, also der einzelnen Fotos, die sieht man hier überhaupt nicht. Das ist richtig gut gemacht und kann bestimmt für den einen oder anderen Landschaftsfotografen zum Beispiel super, super interessant sein. Die Fotoqualität, wie bereits erwähnt, ist wirklich richtig gut. 24 Megapixel sorgen einfach dafür, dass ich ein vernünftiges, hochauflösendes Bild habe. Klar sind mehr Megapixel immer noch mal mehr Auflösung, aber das heißt nicht unterstrich, dass das Bild dann besser ist. Ich habe allerdings aufgrund des Objektives natürlich ein bisschen mit Vignitierung zu kämpfen zum Beispiel. Ich hatte auch chromatische Apparationen gesehen. Das sind aber alles Dinge, die ich in Lightroom beheben kann. Oder aber bei Vignitierung zum Beispiel kann ich einfach so ein bisschen reinzoomen oder aber ein bisschen abblenden tatsächlich. Dann ist dieser Vignitierungseffekt auch weg. Also von daher wirklich gut, macht einen richtig tollen Job. Was ich ein bisschen schade finde, ist die kurze Verschlusszeit beziehungsweise die nicht so kurze Verschlusszeit. Denn ich habe hier nur die Möglichkeit, eine Viertausendstel einzustellen. Ja, was soll ich sagen? Das kann dazu führen, dass ich am Tag draußen schon Probleme kriege und abblenden muss, was ich ja vielleicht gar nicht möchte. Das heißt, ich komme hier tatsächlich teilweise vielleicht bei einigen Fotos auch oder bei einigen Videos natürlich definitiv nicht um eine Sonnenbrille herum, also einen Graufilter. 4K-Videos kann ich natürlich auch aufnehmen. Wie ihr das gerade schon anfangs gesehen habt, das habe ich jetzt aus der freien Hand gefilmt. Ich bin ein bisschen gelaufen. Das war nicht ganz ruhig. Aber man hat hier eine wirklich gute Bildqualität. 4K mit bis zu 30 Frames und 120 Frames macht die Kamera auch, dann allerdings nur in Full HD. Leider hat sie nur 420 8-Bit und nicht 422 10-Bit. Ich muss allerdings auch da sagen, erstens ist die Kamera von 2021, also die 10-Bit-Varianten waren wahrscheinlich alle ein bisschen später oder viel teurer. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man einen kleinen Unterschied. Aber für den Normalsterblichen und dafür ist die Kamera ja gemacht, ist das überhaupt kein Problem. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, ZV-1 oder ZV-E10 von Sony, würde ich mich auf jeden Fall für diese Kamera hier entscheiden. Allein schon durch die Tatsache, dass ich hier die Objektive wechseln kann und durch die Tatsache, dass ich hier einfach auch den etwas größeren Akku habe, der einfach auch ein bisschen länger hält. Gut anfassen tun sie sich beide nicht. Zumindest nicht für meine Hände, weil die sind einfach vielleicht einfach ein bisschen zu groß. Seht ihr das? Das sieht jetzt echt ein bisschen komisch aus, weil ich die sehr auseinander spreize. Aber so sieht man es halt. Ich kann die so festhalten. Also die ist wirklich schon sehr, sehr klein. Aber das soll sie ja auch sein. Klein, kompakt, leicht, gut zu händeln, in Anführungsstrichen. Das ist sie ja theoretisch auch. Wenn ich sie so halte zum Beispiel, also so wie ich eine Vlogging-Kamera halten würde, dann ist das für mich gar kein Problem, denn dann brauche ich diesen Griff nicht. Dann halte ich die vielleicht am Objektiv fest und dann kann ich hiermit sehr, sehr gut arbeiten, weil sie eben so schön leicht ist. Von daher klare Kaufempfehlungen zu dieser Kamera und damit möchte ich auch einmal ganz kurz herzlichen Dank sagen an Fotoköster, die mir überhaupt ermöglicht haben, diese Kameras jetzt hier für euch zu testen. Wer Fotoköster nicht kennt, gerne mal auf deren Webseite schauen. Da ist nämlich alles Weitere zu dieser Kamera beschrieben. Ihr dürft natürlich auch gerne dort mal vor Ort in die Filiale kommen. Unterstützt den stationären Einzelhandel. Das macht auf jeden Fall Sinn. Vielen Dank, wie gesagt, an der Stelle an Fotoköster. Preislich liegt die Kamera irgendwas zwischen 650 und 779 Euro. Ich glaube, 779 Euro war tatsächlich bei Fotoköster. 650, 700 Euro circa bei Amazon, wenn man dann mal irgendwie links und rechts guckt und ein Schnäppchen schlägt. Tendenziell muss ich ganz ehrlich sagen, Preis-Leistung zumindest in diesem Kit, auch wenn ich das Objektiv nicht so richtig gut finde, aber Preis-Leistung richtig gut, würde ich jedem empfehlen, der vloggen möchte. Sollte euch dieses Video gefallen haben, wovon ich natürlich total ausgehe, dann würde ich mich über ein Abo freuen oder aber über Kommentare von euch. Habt ihr Fragen zu dieser Kamera, dann kann ich das alles versuchen zu beantworten. Sollte ich es nicht schaffen, also auf eure Frage zu antworten, dann seid nicht böse. Ich kriege tatsächlich ein paar mehr Anfragen mittlerweile, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, jede Kommentare oder jeden Kommentar zu beantworten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder und dann, und jetzt kommt's, alle guten Dinge sind drei, habe ich eine weitere Vloggen-Kamera hier liegen. Die habe ich auch schon, und zwar die ZV-E1. Eins kann ich schon mal sagen, die taubert mir ein Grinsen ins Gesicht.